Hallo, liebe Grüße aus Thailand. Heute ist Erntezeit hier auf unserer Farm. Erntezeiten erinnern natürlich auch immer an große Erweckungszeiten, die es in der Kirchengeschichte gab. Aber wie viele Missionare haben ihr ganzes Leben investiert, nicht um zu ernten, sondern erstmal um den Boden der Herzen locker zu machen. Und ich denke, das ist auch so eine Aufgabe hier in Thailand. Natürlich wünschen wir uns eine Erweckungszeit, nicht nur hier in Asien, auch in Europa, überall. Der Herr kann es schenken. Wir dürfen dafür beten. Denn jede Erweckung ist ein souveränes Wirken des Heiligen Geistes.